Hey Kumpel, willst du einen Minecraft-Kiefer nur 15 Euro? Was nur 15 Euro? Ich nehme gleich 2. Danke sehr. Hi Puopi. Hi Puopi. Puopi. Verdammt Paupe, hör mir zu. Was ist denn los? Was gibt es so Wichtiges? Ich schaue mir gerade den Boxkampf an. Ich habe uns zwei Minecraft-Kies gekauft. Wollen wir endlich Minecraft spielen als Premium-User? Oh ja. Komm wir starten gleich unsere Rechner auf dem Schiff. Beame uns rauf Potti. Verdammte Scheiße hier. Verdammte Scheiß. Hi Puopi, komm mal her. Was ist denn los Peter? Ich habe gerade einen Kreper den Arsch versäult. Was ist so verdammt wichtig? Ich kann kein Minecraft mehr spielen bei beiden Codes, sagt mir der Server. Usanot Premium. Sorry. Was soll ich denn nur machen? Was? Das kann nicht sein. Wo hast du dir diese Codes denn gekauft? Na bei einem Shop auf dem Heimweg. Da hat ein Kai nur 15 Euro gekostet. Da musste ich einfach zwei kaufen. Warum hast du dir dort die Kais gekauft für 15 Euro? Da liegt es doch auf der Hand, dass das illegale gehackte Kais waren. Bei Minecraft darfst du nicht sparen. Wo hätte ich denn sonst Minecraft kaufen sollen? Bei Mojang auf minicraft.net kann ich mir keinen kaufen, weil ich nur Taschengeld bekomme und kein Monabookers-Konto habe? Na beim Game-Mogul. Auf cd-kais.at. Da bezahlst du zwar 29 Euro, kannst aber mir bei Safi-Kart bezahlen. Außerdem kaufen die ihre Kais direkt bei Mojang. Oh man okay. Ich kaufe ab jetzt nur noch beim Game-Mogul ein. Da bin ich dann wenigstens auf der sicheren Seite. Wer ist dieser Game-Mogul eigentlich? Hast du ihn schon mal gesehen? Ganz recht. Ich bin der Game-Mogul und bei uns kriegt ihr die Minecraft-Kais zwar für 29,95 Euro, aber ihr könnt mit Paysafe-Kart bezahlen und seid auf der sicheren Seite, dass die Kais hundertprozentig von Mojang stammen und nicht gesperrt werden. War das der Game-Mogul? Hey, er hat mir einen Minecraft-Kai hier gelassen. Ja, ich denke das war er. Uff. Ja, ich denke das war er. Uff. Ja, ich denke das war er. Uff. Ja, ich denke das war er. Uff.